Ich glaube es war... 46, 26... Warte mal... Okay, die unbekannte Frucht ist edible. Du kriegst Kohlenhydrate und Hydration dadurch. Nein, jetzt schlafen gehen! Oh mein Gott, ich raste aus! Was hast du denn jetzt gemacht? Er hat sich einfach auf den Boden gelegt, weil ich mich verpflichtet habe. Äh... Ich schau dir grad von hinten in deine Augen. Das ist grad cursed. Ist das die Höhle da? Oh, warte mal. Hey, schau mal! Oh, das ist eine neue Höhle. Nein, da hat man vorher nicht durch können. Bis jetzt. Neuer Dialog? Bruder, wir sind komplett am... Der Felsen. Der Lock, den ich vorhin erwähnt habe, ist weg. Ich weiß nicht, was passiert. Okay, entspannt. Du bist in der richtigen Position. Ich bin sicher. Ich bin positiv. Okay, ich... Ich bin verloren. Aber jetzt gehen wir wieder extrem weit weg von unserer Basis eigentlich, oder? Ich würde da jetzt trotzdem weiter gehen, weil offensichtlich will die Story, dass wir hier anlang gehen. Vielleicht finden wir irgendwas noch besseres. Ich weiß gar nicht, ob das so... Ich meine, ich würde schon eine Basis bauen, aber ich weiß nicht, ob es in einem Spiss so wichtig ist. Ich glaube schon, dass es... Alter, da hinten ist ein Capybara. Ja. Stechen wir es ab. Wenn du es kühlen kannst, oder? Nein, du kannst deine Axt werfen. Oh nein, ich habe einen Speer. Lass mich den... Lass mich den werfen. Alles, was ich habe, ist ein Steinfeitel und sonst nichts. Alter, ich bin sehr... Hm? Ich habe das Capybara mit meinem Speer getroffen und dann ist es weggerannt mit dem Speer drinnen. Jetzt habe ich keinen Speer mehr. Alter, ich stech dich ab, du scheiß Capybara. Komm her. Wo ist es? Da unten ist es. Schau, siehst du es? Ja. Du musst es werfen. Du längst es ab, oder du greifst von vorne an und ich von hinten. Und ich glaube nicht, dass das funktioniert. Doch. Aber ich habe eine Acker am Waffe. Komm. Wir müssen es einkreisen. Let's go! Ja. Wo ist es? Wo ist die... Ah fuck, ich habe sie wieder verloren. Shit. Wo ist es wirklich hin? Hä? Alter, warte, bleib stehen, bleib stehen. Ich habe es einmal ge... Ich habe es einmal ge... Zu nichts, zu nichts. Ich habe es einmal gehittet. Wie kann ich mich hinlegen? Yes! Ich habe es erlegt. Oh mein Gott, wie hast du das gemacht? Jetzt werde ich mir meine Axt auf das Ding werfen. Wenn du Mausrad hältst, dann kannst du wieder... Und jetzt harveste ich es. Jetzt habe ich... Ich habe eine Axt genommen. Oh mein Gott, ich habe so viel Essen. Ist das deine Axt jetzt gewesen? Ja, darf ich die bitte wieder haben? Ja, warte, warte. Ich habe so viel Knochen und so viel Essen gerade. Das ist genial. Und ich bitte meine Axt. Ich kann die Axt... Wie droppe ich die? Du ziehst sie einfach raus. Okay. Danke. So! Wie mache ich mir einen Speer? Ich würde jetzt einen Speer haben. Dann machen wir das nachher. Das dauert jetzt zu lang. Einen Stock, oder? Du brauchst einen langen Stock aus Seil und... Einen langen Stock? Ja, und eine Messerklinge. Messerklinge habe ich schon. Oh fuck, mein... Okay, ich muss einmal eine Nuss essen. Warte kurz. Essen. Essen. Wir schauen, meine Weitl sind gut. Okay, gehen wir weiter. Ja. Wo bist du da hinten? Was hast du denn jetzt gelootet von Kabima? Für Fleisch und Knochen. Meine Augen. Bist du nicht so? In der Augen. Peter. Es wird allgemein. Aber sie können dir auch noch mal bein sein, aber ... ich finde die Wandromine. Wie ist denn? Ich fühle mich jetzt mal. Ich bin mal. Ich bin es schnell. Ich bin es da. Also du glaubst, dass das gar nicht so ein Spiel ist, wo man eine Main Basis baut, oder wie? Ich meine, ich denke schon, weil du kannst eine bauen. Aber weißt du, du hast jetzt sechs, wenn du auf einmal ein neues... Da ist ein fucking Tiger. Ach, ich hasse es. What the fuck? Das ist ein Jaguar, oder? Das ist scheiß Jaguar. Ich steche ihn ab, den Jaguar. Ich habe den Jaguar. Ich bringe ihn um. Nein. Alter, ich habe den... Du hast ihn echt vertrieben, aber... Ja. Ich habe den fünfmal angestochen, und er ist... Vielleicht kommt er zurück. Vielleicht kommt er zurück, ich würde gehen. Er ist nicht gestorben. Ja, na. Lauf ihm nicht nach, der bringt dich nach oben. Ich will jetzt diesen Jaguar erlegen. Alter, wenn du jetzt stirbst... Mit deiner Steinklinge. Stell dir vor... Hm? Stell dir vor, ich würde es schaffen, mit deiner Steinklinge an Jaguar zu kämpfen. Das wäre schon ein Jaguar zu kämpfen. Warte, wo ist denn das hier? Warte, komm mal her zu mir, wo... Irgendwie... Ich habe eine Klapperschlange umgebracht. Kann ich sie looten? Hm. Ich kann sie nicht looten. Hä? Wieso kann ich das Viech nicht looten? Hä? Okay, Lul, das bringt nichts, wenn du Schlangen killst. Du kannst sie nicht looten. Schlangen droppen nichts, scheinbar. Wo bist denn du jetzt? Lauf, komm zu mir, vielleicht kannst du was looten. Wo bist du? 46 W18S bin ich. Ah, okay. Ich glaube, da geht's weiter. Wo ich bin. Weißt du, was mich... Ich finde... Ich bin jetzt so verlaufen. Warte mal, ich will schauen. Warum verliere ich eigentlich so viel Leben? Habe ich schon wieder irgendwas? Ah, nein. Und jetzt komm mal zu mir. Schau mal her zu mir, da liegt eine Schlange am Boden. Da habe ich gerade erstochen. Ah ja, die kann ich harwesten. Da brauchst du ein Steinmesser dafür. Das macht Sinn. Ich habe ein Steinmesser. Du hast ein Steinmesser, oder? Dann könntest du es harwesten. Ich kann nichts harwesten. Das ist komplett verpackt. Das ist am Boden. Ich habe sie mit dem Steinmesser abgestochen. Wie macht denn das einen Sinn? Du meinst dieses Stoneblade? Das ist das kleine Ding. Ja, mit dem habe ich diese Schlange erstochen. Und ich kann sie nicht luten. Ja, das ist komisch. Komplett verpackt. Warum sterbe ich schon wieder? Was habe ich, Alter? I need to rest. Ja, Alter. Man stirbt nicht. Ja, ja, leg dich hin. Ich glaube, ich fall gleich in Ohmacht. Ja, leg dich hin. Du kannst schlafen. Ja, ich bin gerade umgefallen. Nein, ich bin gestorben. Warum? Warum bin ich jetzt gestorben? Du wirst dir sicher irgendwas zuzogen haben. Ah, vielleicht hat mich die scheiß Schlange gebissen. Ja, ja, voll. Ah. Ich glaube, deswegen bin ich vorher gestorben. Weil ich in der Höhle habe mich irgendwas gebissen. Ich glaube, die Schlange hat mich gebissen. Weil sonst habe ich ja nichts. Wieso stirbe ich? Ja, ja. Aber hey. Jetzt spawne ich wieder in der Base, oder? Ja, müsstest. Ja. Okay, ja gut. Damn. Die Frage ist, wie ich jetzt zurückkomme, oder ob du herkommst. Aber was ich trotzdem gerne einmal gesehen hätte, damit ich mir wenigstens ein Bild machen kann, ist die Höhle. The Blue Ball Street, kannst du jetzt mit der Höhle. Oh, hey, ich habe aber neue Location. Da können wir uns jetzt, da können wir ein Lager bauen, holy shit. Das ist richtig nice. Dann komm du zum Lager und dann gehen wir zusammen zur... Na, komm du zu mir, ich würde sagen, wir bleiben hier. Ja, aber ich weiß nicht, wo du bist. Ah. 47 West, 17 Süd. Was ist die dort? Du gehst durch, ähm. Wo wir durchgegangen sind, wo ursprünglich dieser Dings war. Ich sehe diese Wampen mal da rein. Post 47 West. Genau, 47 West und 17 Süd. Direkt bei unserem... Ähm. Ich muss nochmal kurz ein Steinfeitel craften, oder? Ich brauche ein Waffen. Stein. Stein. Alter. Stein. Stein. Handwerk plus 1. Was bringen die Skills eigentlich genau? Das weiß ich nicht, ganz wahrscheinlich wird es einfach besser alles. So. So, ich mach... Also, na, warte, warte, sag nochmal die Koordinaten jetzt. 47... Nein, Entschuldige. 47? Äh. 47 West, 17 Süd. 47 West, 17 Süd, okay. Genau, und du musst, weißt du, durch dieses Tor durch, wo wir durchgegangen sind. Wo ursprünglich die Wand war mit diesen Wandmalereien. Dieser Stein. Nein. Und du musst, wenn du es findest, brauche ich hier ein kleines Lager. Was hast du es gesagt, 47 West und wie viel Süd? 17. So ein Licht. Oder was ist das für Viech? Was ist das für mich? Da ist irgendwas. Ein Capybara. Ja, da bist du richtig. Komm her, du Capybara. Nein, warte. Wieso habe ich einen Ausschlag, oder? Ist ja nicht so schlimm. Dieses Capybara ist zu schnell. Schaffst du es, bevor es nacht wird? Ich jage gerade dieses Capybara. Was ist denn da unten eigentlich? Ja, warte, kommen wir mal her, weil es ist bald nacht. Wir müssen noch mal Dings bauen. Nein, das ist ein anderes Viech. Was ist denn das für ein Viech, oder? Ich habe vorher Amadillo gesehen. Ja, ja, das ist ein Amadillo, genau. Wo ist denn das, habe ich das jetzt erlegt, oder? Hier, ein Vogelnest. Nein, das ist nicht mit. Das brauchen wir. Aber wir können ja gerade Feuer machen. Okay Bass, dann komme ich einmal. Ich kriege dieses Amadillo eh nicht. Das ist eh zu schnell. Kokospalmengrün. Aber was mache ich mit Kokospalmengrün? Entweder du bringst es gleich? Nein, nein, nein. Das ist ein anderes Item. Das habe ich mich schon einmal gefragt, was das macht. Ich glaube, das bringt uns im Moment gar nichts. Nein, du kannst es nur zerstören, aber das bringt nichts. Okay. Ich muss jetzt bald hinlegen. Naja, mein Problem ist, ich weiß immer noch nicht, wo du bist. Das ist das Problem. Das ist so eine Lichtung dort. Das ist ein kleiner, das... Wenn du in der Nähe bist, ziehst du immer noch. Aber 47, ich weiß, 17 Süd. Oder 18 Süd, das ist nämlich dort am Rand. Fuck. Da ist irgendwo eine Klapperschlange, holy shit. Ich bin jetzt fast umbruch. Oh mein Gott. Wo ist denn sowas stört da? Ich bin 48 West, 24 Süd. Wie bist du 24 Süd? Da musst du viel weiter im Norden. Es ist sogar auf der Map eingetragen, da ist jetzt so ein kleines Kreuz, siehst du das? Hm, na warte, wie geh ich auf die Map, warte mal kurz... Ah, diese Sperre da oder was meinst? Ja, genau, genau. Und was ist das? Ja, da bin ich. Und wo bin ich? Wo sehe ich mein Icon auf der Karte? Das ist kein Icon, das ist einfach das, was ich gefunden habe. Ja, aber wie soll ich mich orientieren, wenn ich nicht weiß, wo ich gerade bin? Alter, du hast doch ein... Ich tick grad noch. Warte mal kurz. Du weißt immer wo du bist, du schaust auf dein GPS, dann schaust du auf die Karte. Ja, das ist mir zu blöd, das mache ich nicht. Wir haben ein Ei gefunden, gell? Warte, da unten, das ist aber eigentlich auch ein geiler Spot, hast du diesen See schon gefunden? Schau, da unten ist ein See. Ich weiß nicht wo du bist. Ich will diesen See noch kurz auschecken, bevor ich sterbe oder was weiß ich, passiert. Schiebst du? Na, aber das kann in dem Spiel schnell mal passieren. Weil dann merke ich mir die Koordinaten und dann können wir dann mal gemeinsam uns das anschauen. Ich will jetzt nur echt gerne mal schlafen gehen, dann. Und das ist halt eine nice Base, da muss ich ganz ehrlich sagen. Eula, da ist schon wieder Capybara. Ja, da sind so viel, die können wir dann auch immer jagen werden, das ist die neuste. Aber ich bin so, ich kann nicht mit einer... Mit einer Steinklinge, ich bräuchte einen Bogen oder sowas. Ja, ja, das können wir alles nachmachen. Es sind Fische im Wasser, kann ich die umbringen? Ich kann sie umbringen, aber ich kann sie nicht looten. Dieser See ist eigentlich auch ein Weib. Muss ich ganz ehrlich sagen. Bist du bei dem See in der Nähe von dem Kreuz, oder? Warte, ich muss einmal schauen, welche Koordinaten ich bin. Was ist das da? Harz. Und zwar, ich bin 50W24S. Du bist irgendwo. Ich würde sagen, du findest einfach irgendwas und wir legen uns jetzt auf den Boden. Dass es Tag wird. Ja. Wie leg ich mich auf den Boden? Alter Junge. C und dann Sleep. Wie lange... Ich hab mich noch nie auf den Boden gelegt. Ja, ich lege jetzt... Also du drückst einfach dort, wo der Backpack ist, gehst einfach auf Sleep. Also auf Schlafen und das kann ich einfach random in der Wildnis machen. Ja. Wenn ich ein Cabivara umbringt... RIP. Ich hoffe nicht. Es ist 3 in der Früh. Ist nicht Cabivara irgendwie eines der freundlichsten Tiere? Ja, das haben wir sehr gut. So. Es ist... 1.05 Uhr. Naja... Egal, ich sehe jetzt nicht bald Tag. Okay. Okay. Ich warte einmal, dass es Tag wird. Okay. 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 Wie gesagt. Waren du zu mir findest? Nein, nein. Ich suche jetzt gar nichts. Ich hab grad Bier zu essen. Nee, aber baue ich da ein bisschen eine Base. Oder wir können einen Ofen basteln. Oder wir können einen Ofen basteln. Und die gibt es da auch nicht. Ich mein, das ist halt... Wir haben hier schon eine Base. Das ist eine Lichtung. Und das ist ja schon so fertig. Da ist sogar ein Weapons Rack. Was ganz cool ist. Da kannst du eine Waffe finden. Nein, da können wir drum... Nein, da können wir drum... Nein, da können wir drum...